Alright, dann gehts weiter in die nächste Stadt, he? Er hat zunächst nebengefestelt. Hier wäre dann in der nächsten Stadt. Alles klar, dann... Ab zum Auto. Nehmen wir dann noch ein paar Schrotflinten mit. Dieser Platz soll noch. Könnt ihr mal nicht mit der Kehrmaschine auch was zusammenbauen? Ja, so ein komisches... Ähm... Oh, so was ich im Gesicht hatte. Ja, vielleicht Kehrmaschine und Bücherwagen. Ich schau mal, ob ich hier noch auf die Schnelle was hübschen... Nein, deswegen so ein Special-Piegel. Achso. Ich schau's dann gleich nach. Alter. Oh, das bin sie. Ich hab mich schon fertig gewonnen. Oh, Leute. Du wolltest doch einen neuen Seil haben. Hier kannst du dich neuen Seil. Okay, what? Ja, ich... Maler kannst du... Nein, Schrotz oder so. Oh, Mann, Mann. Oh, Mann, Mann! Oh, 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 Mann! Ich finde, 백lif'vell ist schon der hab. ich muss aufpassen soll ich zu dir kommen oder er will dann kommen da vorne Oh mein Gott, oh mein Gott, da kannst du dich mal eindecken. Geht da was? Ja da da hinten, da ging was. Hier, hier hast du Hose und da hast du E-Shirt. Oh scheiße. Vor allem die Stiefel. Scheiße. Oh fuck. Du wolltest doch anders aussehen, Left-Shirt. Ah, hier weckt noch ein. Weckt noch ein Revolver. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du wolltest einen anderen Stack, hier bitte. No, Sir. Nein, das muss ich wechseln. Das ist ja der Hammer. Wenn's aufs End zugeht, dann muss ich nochmal das Gescheites dann anziehen hier. Warte mal, was gibt's hier? Schönes Surfing hier? Können wir mal, was wir hier haben. Und Reihand. Oh Gott. Und eine Hose. Ich hab noch was besseres gefunden. Warte, ich komm. Ich schnette mich zu dir durch. Das ziehe ich aber nicht an. Das ziehe ich aber nicht an. Warte, ich komm. I'm on my way. Don't run away. 2. 3. 3, 2. Aber die Beschreibung muss auch ganz cool. Da gibt's hier eigentlich keine Busten. Was? Oh Gott. Hawaii-Hemden gibt's aber... Wo hast du das gefunden, was du gemeint hast, das ziehst du nicht an? Hier. Ha! 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 Enger Badeanzug. Enger Badeanzug. Ich dachte auch, hey, what the heck. Alter, die Zombies sind hier richtig nervig. Gibt's da auch einen Tauchanzug? Ähm, so einen Swimsuit hab ich gerade an. Neopreneanzug. Neopreneanzug, ja. Ist das ein kompletter Anzug oder so weiter? Das ist komplett. Okay. Ja komm, gib ihm. Jawohl. Boah, wie geht's so. Ich will dir noch kurz eine Frage stellen, ja? Jo. Schau mal kurz her. Warte, ich muss hier kurz mal. Ich bin beim Schlafhaus hier. Warte, ich komm zu dir, warte. So. Jetzt werden wir vielleicht da unten schwimmen gehen. Tja, mit Taucherbrille. Ja, die lag da auch rum. Lol. Okay. Alright. Jetzt machen wir den nochmal zum Schluss. Genau so. Jetzt hat er sich wieder was Gescheites angenommen. Oh shit. Das muss ich wieder mit. Ich zieh mir auch was Gescheites an, okay? Oh Gott. Ja, das ist geil. Das ist cool. Okay. Also. So jetzt wieder. Auto. Wo ist hier das Auto? Oh. Oh, ich brauche noch was Waffen. Ich brauche noch was Waffen. Ein nieten neuer, eine Waffe. Oh, hier wäre ein Motorrad. Aber das war auch nicht schwer. Egal. Ich muss hier. Okay. Boah, Mann. Soll ich sehen. Alle weg die Räsen. Schau mal, ob ich hier kurz ausbauen kann. Hey, das ist ja der Wahnsinn, ey. Oder ich hole dich mit dem Lambo ab. Aber das ist auch. Ja. Geht natürlich auch. Auch zwar auch schon. Ah, jetzt sollte ich genug Bewaffnung haben. Für den 500er Killstreak. Obula. Obula. Einfach das Lego-Standchen wieder. Zu geil. Weißt du, wohin fahren musst? Äh, so mehr oder weniger. Okay. Okay. Okay, es brennt. Uh. Uh. Oh. Shit. Ähm. Das hier die... Ne, Mann. Schieß auf, Lego, Mann. Holy shit. Was war das für eine Waffe? Willst du das? Was? Ja. Nein. 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 Nein, der wird, der wird, der wird, der wird. Oh, wenn. Okay, da. In der Waffe. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann in dem Zeiten. Hi. Nu. Ich bin der Mann. Ich bin die Mann. Wann. Ja, ich bin der Mann. Haha, killstreaks. Oh ja. Oh, Servus, Flugmangor. Diesmal kommt er genau richtig. Genau. Glaubst du es nicht? So, jetzt ist die Frage, kann man hier schon rein? Sieht gut aus. Ich glaub das geht. Oh fuck, der Typ ist echt krank, man. LOL! Sieht die Speck-Ups. Alles klar. Okay, dann bekommen die alle auf die Fresse. So, und mit Dirk. Oh, hast du noch jemanden? Ja. Dann tut gut. Alright. So, lieber Dirk. Ich bin nur mit Hilfe eines Arnstoffers da rausgekommen. Seid doch der Hut. Das hier ist ein Komplott der Regierung. Wir sollten verschleunigst verschwinden. Und jetzt nehmen wir's. Kannst du den nochmal anlabern? Ich plane den nächsten Angriff an einem sicheren Ort. Vielleicht kommen wir ein anderes Mal zusammen. Wir müssen den wieder abliefern. Boah, ich will hier nicht mal machen. Nee, der kommt gar nicht mit. Nicht? Okay, Gott sei Dank. Ja. Also, die Nebenmission ist abgeschlossen. Alles klar. Okay. Dann geht's weiter. Wir haben 30 Start und nice. Dann geht's weiter mit Hopps, sorry. Genau. Wenn der nicht mitkommen will. Dann halten sie nicht. Dann halten sie nicht. Dann halten sie nicht. Du musst einmal wieder zurück. Okay. Ja. Einmal wieder zurück. Du brauchst dich, ey. Okay. Gib dich zu Karaoke. Ja, wahrscheinlich Karaoke Party ein bisschen was machen. Und dann muss man wahrscheinlich das gut zu machen. Irgendwie. Ja, da steht ja immer noch. Hat der keiner gestartet. Genau, ja. Aber dann müssen wir ihn werden. Ist der gestorben? Ist der gestorben? Falls du dich erinnern kannst. Nee. Ich helfe dem Gedecknis mal kurz auf die Stirn her. Ähm. Dicke fette Kanone. Laserstrahl. Sauviel Würmer. Oh shit. Okay. Nein. Er hat's nicht überlebt. Hehehe. Dass du das nicht mehr weißt. Das war der mega geil der Zähne, Mann. Hehehe. Ich hab auch mal Heimat geprotzt. Ja, stimmt. Na, da, wie weiss es, wie gesagt, dass wir... Boah. Und die alte, nee, die alte ist ja auch so. Ja, die alte ist auch so. Ja, die alte ist auch so, das ist ja auch so. Nimm mal Lambo? Ja, das Auto ist gleich wieder aus. Ja, das Auto ist gleich wieder aus. Ruff! Hehehe. Schaase. Okay, Lambo. Okay, ich sollte fahren. Solltest du wirklich fahren? Ja. Muss ich dich da wieder navigieren? Ja. Nee, du bist ja großer. Ja, ich bin ein Mann, der mit nem Lego Schädel anguckt. Ja, voll. Genau. Wollen wir's mehr? Ich lass dich jetzt einfach mal fahren. Na klar. Mal so storymäßig oder so der Puck wieder angezeigt. Ja. Kann man nicht. Ja, schon. Also schauen wir's halt ein bisschen gestartet an. Aber ich bin schon mal gespannt wie diese zweite Gäste. Ich würde mich schon interessiert. Aber wie schnell der Lando wieder da und wenn der wieder rauft. Echtig. Juhu. Und die. Oh, wieder zurück. Wieder. Oh, come on. Da machen wir die. Ja. Ich zieh raus hier. Ja. Lasse. Moment. Will ich halt schauen, ob's noch was anderes gibt. Müsse ich holen. Wollen wir noch zu Just verfahren, was hier unten eigentlich abgeht. Hier war unser erster Bossfight, das weiß ich noch. Aber. Gegen wem haben wir da nochmal gekämpft? Oh, gegen diesen Anführer von den Bikern hier. Ah ja, stimmt. Aber sonst, ne. Hier sind einfach was Autos irgendwie. Nix besonderes. Ich glaube nicht. Doch, Schottwagen.